Hallo und damit ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal MrZarratox. Heute geht es um ein allererstes Bauvideo und wie man auch schon so ein bisschen gesehen hat, ich habe heute für euch einen kleinen Zug gebaut, der auf der DT2 von Hamburg basiert. Übrigens mal hier so ein ganz kleines Bild, so wie der in echt aussieht. Und ja, diesen möchte ich euch heute zeigen, wie er gebaut wird. Ihr könnt ihn natürlich noch frei nach Farben machen, ist eigentlich relativ egal, wie ihr den gestaltet. Hauptsache ihr macht ihn so, also von der Form, so wie ich das mache. Könnt ihr natürlich auch anders machen, aber das ist jetzt erstmal so hier Grundstandardbau und ja, so sieht er halt von außen aus. Hat mir so ein bisschen Mühe gegeben, hier unten nochmal so eine kleine Stromschiene mit drangehauen und das Ganze ist natürlich dann auch noch begehbar. Hey, so hier haben wir einmal den Fahrerbereich, ist sehr klein gehalten, muss ich ehrlich genommen sagen. Ja, also hier kann man nicht wirklich zu viel zu sagen und hier haben wir halt den Fahrgastbereich, wo die Fahrgäste dann sitzen, stehen, hast du nicht gesehen. Leider gibt es keine blauen Holzsitze, deswegen musste ich Holz nehmen und Holzstangen, ja, denn diese Stangen hier sehen nicht wirklich toll aus, deswegen Holzstangen. Ja, die Bilder sind da oben übrigens als, naja, man soll halt ein bisschen Fantasie haben, das soll hier halt der Streckenverlauf der ganzen U-Bahn, S-Bahn, hast du nicht gesehen, darstellen. Und ja, im zweiten Waggon ist dann halt genau das gleiche nochmal drin, dann halt nochmal auf der anderen Seite, also Spiegel verkehrt. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt einfach mal so zur Installation oder beziehungsweise zu dem Bau und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Zusehen. Ich bin jetzt hier mit raus, was jetzt an Labern rausgeht, hinterlasst mir einen Daumen, hinterlasst mir eigentlich das volle Programm. Viel Spaß beim Sehen. Zusehen Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal.